Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Block Wall. Heute, ihr wisst es bestimmt schon, gegen Elina. Hallo. Unter anderem, denn wir treten außerdem einen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 battle an gegen Lena dort und gegen Ilja, der versteckt sich dort hinterm Gebüsch. Leute, vier Leute, es kann nur ein Sieger am Ende geben. Ich bin Team Blau, Elinas Team Rot. Das heißt, heute sind wir zwar in einem Chat, aber wir sind trotzdem Feinde. Und ich werde dich höchstwahrscheinlich instant targeten, nur damit du Bescheid weißt. Ja. Wir haben hier jede Menge Lucky Blocks, Leute. Ender Lucky Blocks, dann Time Machine, Fantasia, jeweils minus 100 plus 100 und die Rainbow und die Creeper. Ich glaube, das sind vier der besten Lucky Blocks, die es überhaupt gibt heute. Alle am Start. Das heißt, es wird, glaube ich, ein ziemlich heftiges OP-Battle, bevor ich aber anfange, die Blöcke zu öffnen, Leute. Erstmal Entschuldigung, dass gestern kein Video kam. Ich bin krank und ich hatte gestern ziemlich heftig Fieber. Da habe ich mal ausgesetzt einen Tag. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Dafür heute natürlich wieder ein Video. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Like und Abo-Button flankt. Wenn ihr noch eine Folge Lucky Blocks sehen möchtet, da würde ich mich auch sehr freuen. Plus, in der Videobeschreibung stehen der Gewinner der Jacke, Leute. Die habe ich euch ja versprochen. Und ich bitte diese Person, sich bei mir zu melden. Sollte diese Person sich nicht bei mir melden innerhalb von, sagen wir mal, vier, sagen wir fünf Tagen, lose ich einen neuen Gewinner aus. Das heißt, falls du gewonnen hast, dann melde dich. Okay, gut, dann legen wir uns einfach mal los. Ich schreibe mir hier, go, 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 go. Und wir legen los. Ich muss natürlich noch in den Game Out 0 gehen. Wir wollen ja nicht betrügen. Zack. Na, der erste Drop war schon mal eine Random Potion. Unterwasseratmung 5 für 20 Minuten. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt nur Potion, die ich mir wünsche. Ähm, okay, irgendwie ein Copy-Paste-Kuchen. Ähm, Dracheneier. Oh, mega viele. Ich habe leider kein Schwert. Ich kann das Spinnnetz nicht abbauen. Ähm, ja, aber Heu. Also bisher habe ich nur kompletten Müll bekommen, ey. Wie sieht es bei dir aus? Auch noch nicht so guten Stuff. Ein Brun. Aber der kommt, glaube ich... 2.000 Damage schwer. Was? Echt jetzt? Ja. Ich habe zumindest schon mal einen Shooting-Star, Leute. Okay, wir machen mal die Phantasia, Leute. Ich muss jetzt mal einen nicen Drop bekommen. So, Full-Phantasia-Rüstung mit Phantasia. Oh, das ist schon mal nice. Eine Water-Rüstung. Ach ja, die Regeln, Leute. Falls ihr neue Zuschauer seid am Speed-Durchlauf, wir öffnen Lucky Blocks, dann wird die Mitte aktiviert. Wir müssen in die Mitte, können wir auch abbauen und uns zusätzlich auszurüsten mit den Flower-Lucky Blocks. Und dann, ja, rennen wir zu den anderen, müssen die Beacons abbauen. Das ist quasi wie so ein Bett. Das heißt, solange der Beacon noch steht, respawnt man, wird der Beacon abgebaut, respawnt man nicht mehr und ist einfach tot. Ja, jeder gegen jeden. Denke ich mal, ist eigentlich klar. Und... Oh, komm jetzt, bitte. Bitte. Nein, nur Diamanten, Alter. Das ist ja so enttäuschend. Und mein ganzes Inventar ist jetzt schon so zu gemüllt mit Stuff. Phantasia war enttäuschend. Bleiben die Time Machines. Oh, okay, Leute. Also, ja, das ist schon mal ziemlich geil. Drei Shooting-Stars haben wir hier. Und ein Giga. Wie viel Damage hatte dein Schwert? 2000. Oh, meins hat 1500. Aber safe sieht meins geil aus. Meins sieht geil aus. Oh, Phantasia-Weggis. Darko-Helmet. Bam. Darko-Chestplate. Oh, echt jetzt? Ja. Ey, ist ja unerhört. Oh, ich habe nochmal ein anderes Schwert. Oh, 400 Damage. Das ist ja... Ist ja lächerlich schwach. Egal, Leute. Nehmen wir aber auch ganz gerne mal. Gut, ein paar OP-Schwerter hier schon am Start. Aber, ja, also ich sage mal, aus den Blöcken kann man schon bessere Sachen rausbekommen. Lebende Emerit-Blöcke. Okay, kann ich die töten mit nochmal einem Schwert? Nee. Kann ich die abbauen? Ähm, Spitzhacke? Nee, abbauen kann man die auch nicht. Okay, ich weiß nicht, was die können... Ah, jetzt kann ich mir diese Dracheneier mal... Ach, die sind hier schon gedroppt. Dann sammle ich die mal auf. Vielleicht kriegen wir noch einen Villager, bei dem wir die irgendwie traden können oder so. Rainbow. Na, die Errüstung. Zack. Und Bun. Oh, ich brauche irgendwie so eine OP-Potion jetzt noch aus den Rainbow-Blöcken, bitte. Kommt, Rainbow-Blöcke. Enttäuscht mich nicht. Üh, Alter, das da sieht cool aus. Ähm, was schmeißen wir da mal weg? Hier, Pink Diamond. Die sind nicht so gut. Ja. Den können wir auf jeden Fall auf plus 100 hier gleich mal aufwerten. Wir haben ja genug. Okay, mal gucken, was der Cooles kann. Okay, der schießt Eier. Oh, nee. Oh, nee, das ist gar nicht... Jo, das ist eigentlich ganz geil. Den kill ich mal kurz. One-Hit natürlich, ist klar. Die Water sind an der Reihe. Oh. Oh, nice. Haben wir einige Water rausbekommen hier. Ich brauche meine Spitzhacke. Da ist... Ah, da ist ein Beacon rausgekommen. Pearls. Ja, ich weiß nicht, ob die so stark sind. Ich glaube, die sind relativ schwach. Aber nehme ich mal mit. Poseidons Boots. Es hat noch nie jemand eine volle Poseidon-Rüstung zusammenbekommen. Jo, die ist aber gut, ey. Die nehme ich. Und ich habe ein bisschen Speed bekommen. Ähm, Goldblock. Das ist ein schön... Oh, den können wir... Yes, Alter. Danke für den geschenkten Star, mein Guder. Sehr freundlich bei dir. Ganz ehrlich, die Pearls sind eh nicht so stark. Oh, ich habe voll die geile Waffe während des Serverabsturzes hier bekommen. 12 Reach, 17 Damage. Ja. Also, die Reach ist natürlich mega. Eine Stalker-Verzauberung. Okay, ich weiß nicht genau, was die kann und so weiter. Aber benutzen wir mal. Hier haben wir die Pearl Boots. Ah, der haben wir schon. Ähm, Aquamarine Gems. Noch mehr Aquamarine Gems. Oh, ich habe ja noch ein Time Machine. Bitte eine Chestplate. Bitte eine Chestplate. Bitte eine Chestplate. Ich habe original nichts rausbekommen. Mega. Ey, das darf nicht wahr sein. Oh, Advanced Ender Knockback Resistance. Also, kein Knockback klingt immer ganz geil. Dornen 1, ja. Okay, nehmen wir die Crystal Leggings. Spiral Dungeon machen wir am Ende. Ein paar Eisenwerkzeuge. Was haben wir denn hier noch? Ender, Ender, Spiral. Okay, drei Ducky Blocks haben wir noch. Ne, vier. Vier haben wir noch, Leute. Und hier Ender. Die hat Dornen 3. Hey, nee, das ist nicht. Das ist, ah, das ist die AdWand. Okay, da ist irgendwie ein Rechtschreibfehler. Achso, nee, die heißt so AdWand. Soll das nicht Advanced heißen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist von dem Typen. Okay, also die hat Schutz. Warte mal. Die haben gleich viele Rüstungspunkte. Okay. Aber die hat Dorn 1 und die hat Dorn 3. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen besser. Dorn 3 ist halt schon mega stark. Okay, wir machen weiter. Ender. Nochmal dieselbe. Was hat die für Verzauberung? Kein Dorn. Brauchen wir nicht. Spiral. Okay. Creeper. Diamonds. Okay. Oh ja. Diamonds, Diamonds, Diamonds. Einen gelben Lucky Block. Ja, den kann man ja auch mal öffnen hier. Zack. Gold. So, wir haben 4 Illuminati Signs. Okay, eine Hose brauche. Also wir haben halt unzerstörbar hier alles. Wir brauchen nur eine Chestplate. Und da wir schon ein starkes Schwert haben, würde ich einfach mal sagen, Ultimate Illuminati Chestplate. A piece of the ultimate armor forged by the ancient Illuminati to conquer the world. Zack. Nice. Gerade so hat es gepasst, Leute. Ein Gold weniger und wir hätten uns diese nice Rüstung nicht machen können. Aber ich würde sagen, ja, Bäcker brauchen wir nicht, weil es alles so ein Zerstörber. Da sind wir ready, Leute. Mitte wird aktiviert. Okay, Knicklichtchen hat sich erstmal instant selbst getötet. Wir legen los, Leute. Illina, baust du dich sofort zu mir? Wenn ja, sehe ich das. Nein. Ich sehe das. Was siehst du denn? Ja, noch sehe ich nichts, aber ich traue dir nicht. Ja. Wir bauen erstmal ein bisschen die Mitte ab, Leute. Ihr kennt ja unsere Taktik, dass wir hier erstmal uns... Ach nee jetzt, oder? Alter! Ich habe keinen Wassereimer. Oh Gott, wenn ich das überlebe, wenn ich das überlebe... Oh mein Gott, habe ich das überlebt. Ich muss so eine OP-Rüstung haben. Oh, ich habe was Nices. Ich habe einen Seaster-Zauberstab. Wo sind denn die Gegner? Ich sehe gar keine... Bist du das? Das bist du. Ich sehe dich. Oh, wenn ich denn... Oh Gott, ich kann Wasser schießen. Was? Ja. Gehst du gerade zu mir? Oh, jetzt, Alter. Water-MG like a Pro, Leute. Yo, Mann, saugeil. Was bist du denn? Hä, ich weiß ja nicht gar nicht, wo ich bin. Oh Gott, wer mal in diese Blumen reinläuft. Hey, das ist übelst nice. Aha. Der Scheiß, den ich... Oh! Alter! Was ist denn das, bitte? Water-MG! Oh, hat nicht geklappt, aber trotzdem überlebt. Okay, Leute. Ich grab mich hier... Och nee, Mann. Was soll das denn? Wo bist du denn? Wo seid ihr denn alle? Ich will mal... Ich will hier fighten. Und ich will geile... Oh, da ist sie. Was hat der denn für einen Zauberstab? Den will ich haben. Oh, der vergiftet. Gib mal ran hier das schöne Teil. Oh. Hab ich ihn? Ähm... Alter! Hier ist irgendwas explodiert. Oh, yo, da hat jemand auf mich geschossen. Ich hab sie bald weggemäht mit dem Schwert. Oh nein. Nein, nein. Ich bin runtergefallen. Oh Gott, hier kommt der... Ach, das ist mit Barrier. Nee. Ach, hier kommt man einfach raus. Dann ist ja gut. Ähm, nee. Oh, jetzt tankt sie plötzlich. Wie macht sie das? Blumen. Oh, die Blumen sind ja übelst OP. What the fuck? Da kann man nicht mehr... Hey, wieso tankt sie das plötzlich? Wegen der Creeper-Chess? Was hat sie da überhaupt für eine Chess-Bild? Ich kenn die gar nicht. Oh. Erster Spieler ist raus. Ich hab ne Creeper-Blume. Wenn die das macht, was ich glaube... Wäre das mega cool. Oh, meine Stimme ist grad so tief. Ich merk das richtig. Oh, Mann. Wo ist denn... Wird da grad mein Beacon eigentlich abgebaut? Alarm! Zurück! Defense! Ich seh's nicht, da ist ein Hügel im Weg. Ne, okay. Da ist niemand. Ich glaub, dein Beacon wird ehrlich gesagt grad abgebaut. Hab ich die Vermutung. Ja, ich weiß nicht, aber... Nämlich von mir! Nein, Spaß. Nee, hier blieb ist keiner. Ja, noch nicht. Pass mal auf. Pass mal auf. Wo bist du denn? Was bist du denn? Als ob du diesen Baum-Move dauernd machst. Oh, nice, Alter. Was haben wir hier denn schönes? Was ja... Oh, als ob das hier einfach so rumliegt. Hä? Nice, Alter. Die gönne ich Minstant. No, 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 no. Nice, Alter. Ja, geht jemand zu meinen Beacon wieder. Oh, ne Creeper-Blume. Ist die auch unser Störber? Explosionsschutz 20, yo. Ähm, nee, das ist... Alter, als ob da Creeper runterfallen. Oh, Gott. Oh, pfff, Alter. Yo, übertreib, Alter. Oh, mein Gott. Make it count. Ho, ho, ho. Yeah. Nice, Alter. Edina, ich hab ne Überraschung für dich. Ey, du brauchst doch grad mein Beacon ab, oder weil du so still bist. Was? Nee. Ich bin bei deinem Beacon. Du bist bei meinem Beacon? Glaube ich zumindest. Nee. Oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Ich bin bei irgendeinem Beacon. Ich bin bei Team Schwarz. Der Rote gehört mir. Ja, da bin ich bei dem anderen Beacon, auf jeden Fall. Ähm, als ob ich meine Spitz... Nee, ich hab ne Steinspitzhacke nur noch. Okay, dann brauch ich... Aber ich hab Ei, deswegen geht's trotzdem schnell. Hä? Zack, Schwarz ist abgebaut. Ja. So. Ich bin Schwarz. Lena. Ui. Du hast eh meinen abgebaut. Safe. Wir gehen mal zurück, Leute. Meine Effekte sind jetzt auch nicht mehr so lang. Ich glaub ja, du kämpfst an deinen. Ha! Lena ist raus. Ja, du solltest dich eigentlich nicht freuen, weil dein Beacon ist jetzt auch raus. Haha. Bäm, abgebaut. Das ist nicht meiner. Hä? Meiner Schwarz. Ich bin der lausste Spieler überhaupt. Oh, nee. Egal, ich gewinne trotzdem. Ich schiebe das auf meine Erkältung, Leute. Ey. Ey. Hä? Aber du hast auch kein Beacon mehr, ne? Ich hab ein Beacon. Nein, da leuchtet da nix. Ja, aber das liegt daran, weil da ein Dia weg ist. Bäm. Als ob du das überlebt hast. Das war ein Hunderttausender Schwert. Bäm, Elina. Da guckst du, blöde, ne? Okay, Leute. Wir haben unseren eigenen Beacon abgebaut, aber nur, um es spannender zu machen. Ach ja, der steht hier echt noch. Ich kann mich nicht mehr hoch, ey. Ja gut, dann kann ich den da geteilt abbauen jetzt. Beacon abgebaut. Oh Gott. Nein, nein. Wo? Oh Gott, ich will dir nur nicht runterfallen, ne? Ja. Und du hast mir aber auch krass Damage gemacht mit deinem Schwert. Leute, da haben wir gewonnen. Da versagt auch gleich meine Stimme. Mensch, ich will doch nur aus dieser Lava raus. Dankeschön. Leute, ich hoffe, euch hat das Battle gefahren. Lucky Block Wars. Flankt mal kräftig den Like-Button und den Abo-Button. Wenn ihr mehr Folgen davon sehen möchtet, das würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ihr könnt jetzt auf den Smiley klicken da bei dem Video. Dann abonniert ihr mich kostenlos. Oder ihr klickt auf dieses vorgeschlagenen Video. Dann könnt ihr gleich noch eine weitere Folge Lucky Blocks sehen. TMT Wars, Skyboards oder andere coole Folgen. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.